In dieser Räumlichkeit war vorher unsere Rinderzerlegung untergebracht. Diese haben wir in unser Kompetenzzentrum nach Bad Bergen verlagert. Seit Jahresbeginn haben wir bereits fertige Pläne erstellt, um hier unsere Schinkenzerlegung zu installieren. Nicht erst seit Corona steht der Schutz unserer Mitarbeiter an oberster Stelle. Aber wir haben durch Corona neue Erkenntnisse bekommen. Diese neuen Erkenntnisse mussten wir kurzfristig in die Planung mit einarbeiten. Somit haben wir die Abstände anders eingeplant, wir haben HEPA-Filter eingeplant oder wir haben Abtrennung installieren müssen. All das haben wir innerhalb kürzester Zeit, binnen sechs Wochen, von Neuplanung bis Fertigstellung verwirklichen können. Sie ist nun fertiggestellt und wir warten auf die behördliche Zustimmung. Diese Zerlegung ist ein wichtiger Baustein, um auf die alte Größenordnung der Zerlegung und entsprechend selbstverständig der Schlachtung zu kommen. Wir haben in dieses Projekt in den letzten Wochen sehr viel Energie gesteckt, um somit unseren Beitrag zu leisten, um den Schweinestau sukzessive nach und nach massiv abzubauen. Zerlegung 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 Vielen Dank.